Dieser Betrieb in einem Wort würde ich beschreiben mit Profis. Die Emil Freie Betriebs AG deckt alle klassischen Logistikprozesse ab, vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Zudem verfügen wir über verschiedenste Lager- und Fördertechnik um die 200'000 Artikel effizient und erfolgreich zu bewirtschaften. Ich habe mich hier beworben, weil mein Onkel auch hier arbeitet und weil es auch immer mein Traumberuf war, Logistiker zu machen. Emil Freie ist super für das, weil sie mit Autoteilen arbeiten und ich auch gerne Autos haben kann. Bei unserem Betrieb ist es speziell, dass sicher die Lehrlinge zu allen Tätigkeiten kommen, die sie in der Logistik haben. Das heisst sie können kommissionieren mit grossen Geräten, sie können verpacken über die BTA-Bahnen, sie können Bergsteillasten aus dem Kleinteillager und sind so eigentlich gut gedeckt, sage ich jetzt einmal, in der ganzen Logistikbranche. Also ich würde gerne nach der Lehre da bleiben, wenn ich ein Angebot bekomme, weil die Mitarbeiter und die Firma selber unterstützt dich und unterstützt dich.